Leute, nächster Tag ist angebrochen. Es ist total kalt. Ich finde die Gäste total abfrieren. Leute, guck mal. Die Sonne ist da hinten. Aber weil dieser Hügel die Sonne versperrt, werde ich jetzt da hochlaufen, um mich da oben zu sonnen. Weil die Sonne kommt ja später hier runter zu meinem Schlafplatz. Genau das mache ich jetzt. Ich werde da hochlaufen. Da. Ich bin gerade von da ganz unten hier hochgelaufen. Aber genau in diesem Moment, wo ich hier oben angekommen bin, scheint die Sonne nicht mehr so gut. Da ist irgendwie eine Wolke dazwischen. Mir ist voll kalt. Ich muss mich aufwärmen. Das ist richtig nervig. Ah, jetzt kommt die langsam. Endlich. Zwar noch ziemlich schwach, weil da noch so ein paar Bäume im Weg sind. Also so ein paar tödliche Bäume sind da im Weg. Aber so ein bisschen kommt. So die ersten Strahlen bekomme ich langsam. Aber das war eine richtig unangenehme Nacht gewesen mit dieser ganzen Kälte. Hätten wir, das weiß nicht, ich mindestens fünf Grad wärmer oder so. Dann hätte ich den ganzen Wald zugeschnarcht und hätte so eine richtig geilen Wildschweingeräusche von mir ausgegeben. Ich bin jetzt fertig. Und das war das.